Wir kommen zur nächsten Kategorie Compliance Training. Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung. Die Bundesverwaltung als Ort des Geschehens jetzt mal außen vor gelassen, ist Korruptionsprävention natürlich ein wichtiges Thema heutzutage. In jedem größeren Unternehmen ist das ein sehr dringendes Thema, was gar nicht oft genug thematisiert und aufbereitet werden kann. Denn es ist natürlich klar, wenn mir ein Kunde ein Porsche anbietet, damit ich mich mit ihm unterhalte, dann ist mir sofort klar, irgendwie ist das Verhältnis nicht so ganz koscher. Nur es ist natürlich nicht immer alles schwarz-weiß, weshalb die Grenzen sehr schwer abzustecken sind. Und das muss trainiert werden. Der Mitarbeiter muss wissen, wann bewege ich mich auf dünnem Eis. Wann ist es unter Umständen so weit, dass ich arbeitsrechtliche Konsequenzen zu befürchten habe. Und dieses Compliance Training hat das Projektkonsortium und Digital Spirit und dem Bundesministerium des Inneren, wie wir finden, sehr effektiv und sehr gut umgesetzt. Es wird dem Lerner alles Wichtige einfach, zielführend vermittelt. Und das bei einem arbeitsrechtlichen Thema, über das ich jetzt die nächsten 30 Tage referieren könnte. Deswegen bitte ich jetzt auf die Bühne für Digital Spirit, Herrn Jens Gressler, zusammen mit der Vertretung des Bundesministeriums des Inneren. Herr Gressler, herzlichen Glückwunsch. Frau Vogelsang. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich komme dann mal bei euch in die Mitte, wenn ich darf. Und würde gerne noch ein klein wenig über das Projekt erfahren, über die Zusammenhänge, über die Hintergründe. Ich fange jetzt hier auf meiner linken Seite an mit dem Vertreter von Digital Spirit. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande? Was war die Projektidee, die man zusammen bearbeiten wollte? Ja, danke. Vielleicht so zur Vorrede. Wir sind ja schon lange Zeit im Bereich Compliance Training, Compliance E-Learning unterwegs. Und insbesondere in der Industrie, Handel, also in verschiedensten Branchen und der öffentlichen Verwaltung ist das Thema seit einiger Zeit, sagen wir mal, auch angekommen. Aber die Methode E-Learning tatsächlich noch nicht. Und Sie haben ganz einleitend vorhin gesagt, es sind viele Projekte, wo die Partner sich so rangekämpft haben miteinander. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz gutes Thema, weil es ist, glaube ich, ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre her, dass es mal so erste Kontakte und Gespräche gab mit dem BMI. Und zu der Zeit lief natürlich schon einiges auch im Bereich Korruptionsprävention. Aber ich glaube, der Gedanke, E-Learning als Methode auch mit reinzubringen, ist so zu der Zeit entstanden. Und das Ganze hat sich dann über die Gespräche so weiterentwickelt, dass wir, ich glaube, vor anderthalb Jahren konkret ins Projekt eingestiegen sind. Und das Ganze auch vor kurzem jetzt live gegangen ist. Also insofern auch da passt es. Wir haben uns da so reingekämpft und haben, glaube ich, ein tolles Ergebnis erreicht. Und ja, ich denke, Frau Vogelsang kann sehr viel noch mal sagen, wie passt es rein, was ist das Besondere daran, wie kommt es auch an? Ich glaube, sehr positiv. Also wunderbar, vielen Dank, ein hervorragender Morgen. Die Fragen werden mir schon gleich mitgeliefert. Super, Dankeschön. Das gibt mir natürlich eine Steilvorlage. Aber ich würde gerne einmal beginnen mit der Frage, was war der ausschlaglebende Grund, dass man digitale Medien mit einbezieht? Es geht ja auch anders. Nun, also die Bundesverwaltung hat etwa 400.000 Mitarbeiter und da muss man dann natürlich überlegen, ob man alles mit Präsenzschulungen machen kann. Und deshalb hat schon vor geraumer Zeit die Bundesverwaltung sich entschieden, ein E-Learning-Portal zu machen und bestimmte Fortbildungsinhalte über E-Learning zu vermitteln. Und wir haben als zuständig für die Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung uns überlegt, dass das auch ein sehr gutes Mittel ist für die Vermittlung von Korruptionsprävention und von dem Bewusstsein, wie man sich im öffentlichen Dienst, aber auch in der Wirtschaft zu verhalten hat. Und haben dann versucht, ein E-Learning-Tool in Eigenregie mit unseren Vorstellungen zu machen. Dann hatten wir mal eine Präsentation bei Digital Spirit oder die haben uns, Digital Spirit hat uns mal vorgestellt, wie man so ein E-Learning-Tool machen kann. Und wir waren von dem didaktischen Konzept eigentlich recht angetan, haben gesagt, so wie wir jetzt vorgehen, können wir es nicht machen, wir müssen etwas extern vergeben. Und da muss ich natürlich sagen, wir haben das auch ganz ordnungsgemäß gemacht. Wir haben eine Ausschreibung gemacht und haben unseren Anspruch formuliert, dass wir ein didaktisches Konzept haben wollen, das hochwertig ist, das wir dann auch bewerten wollten. Dafür haben wir auch vergaberechtlich völlig korrekt eine Matrix aufgestellt. Und dann hat Digital Spirit, wir freuen uns sehr darüber, das beste Angebot abgegeben und auch das beste didaktische Konzept, das war ein wesentlicher Bewertungspunkt, eben vorgelegt. Ja, ich würde gerne auch eine Frage weitergeben hier. Und zwar, wenn man digitale Medien in den Bildungsprozess mit einbezieht, dann ist es natürlich für den Lerner, es bleibt ja ein sozialer Prozess, ist natürlich auch so ein Stück weit die Frage, wie weit nimmt man den Lerner halt mit. A, die Frage der Medienkompetenz, B, natürlich auch die Frage der Akzeptanz, wenn ich digitale Medien mit einbeziehe. Ist das ein Thema gewesen oder ist die Zielgruppe soweit bereits desensibilisiert gewesen, dass man gesagt hat, endlich kommt das nächste E-Learning-Tool? Also ich denke mal, es ist ein Problem, was wir auch haben, die Akzeptanz zu schaffen dafür. Also wir sind dabei, wir machen das mit Informations-E-Mails an alle Mitarbeiter. Wir streuen das, sind jetzt natürlich froh, dass wir den Award hier gewinnen können und das als Anknüpfungspunkt zu nehmen, um halt für das Produkt zu werben bei uns in der Verwaltung. Und erhoffen uns darüber auch die Nutzungszahlen, damit das ganze Produkt ankommt. Das ist halt die Idee dahinter. Ja, ich würde gerne noch mal eine Frage zu meiner linken Seite, ich bin heute etwas, ich bin ja immer limitiert, aber diesmal auch mit Mikrofon. So, wir haben nur eins, aber ich glaube, da kommen wir schon klar. Oh Peter, du bekommst das aber wieder, ne? Ich würde jetzt gerne noch mal da anknüpfen, wo wir gerade auch darüber gesprochen haben, das didaktische Konzept. Wir sind ja hier auf der Didakta und hier gibt es ja noch ganz viele Menschen zu überzeugen, dass es durchaus Sinn machen kann, an der einen oder anderen Stelle digitale Medien in den Bildungsprozess einzubeziehen. Was ist jetzt konkret in diesem Projekt der didaktische Mehrwert, den Sie erzielen? Also ich denke, um den Bogen so ein bisschen zu spannen, sprechen wir vielleicht so ein bisschen darüber, wie geht man das Ganze im Themenfeld Compliance eigentlich an? Und was machen wir da? Was sind so die Ziele? Vielleicht fangen wir damit an, einfach mal zu erklären, was tun wir nicht, wenn wir digitale Medien hier einsetzen zum Thema Compliance? Wir bilden nicht Juristen aus. Das heißt, wir schulen die Mitarbeiter nicht in Paragraphen bis ins kleinste Detail hinein und versuchen dort einfach nur Massen von Informationen hinüberzubringen, sondern es geht gerade in diesem Bereich natürlich darum, Bewusstsein zu schaffen, zu Neudeutsch Awareness, zu sensibilisieren und die Leute hineinzuholen, sodass verstanden wird, warum ist das ein Thema für mich, wie betrifft es mich, was sind die Hintergründe, was sind natürlich auch rechtliche Regelungen, aber eben das Wissen auch anzuwenden und, sagen wir mal, Handlungskompetenz zu vermitteln, die es mir erlaubt, in einem bestimmten Fall in der Praxis später dann auch zu entscheiden, hm, das ist im grünen Bereich, das kann ich machen, das ist rot, Finger weg, da bin ich nicht sicher, wen frage ich? Das sind die Ziele. Und vor diesem Hintergrund ist es erfahrungsgemäß wichtig, und das ist in diesem Projekt nicht anders, dass man die Lerner in das Thema hinein holt, indem man sie erstmal motiviert. Man gibt ihnen etwas an die Hand, mit dem sie sich beschäftigen müssen, um sie einfach nur für das Thema zu interessieren, vermittelt dann Informationen und gibt dann die Möglichkeit, vor allem das Wissen auch anzuwenden, praktisch zu üben, erlaubt auch gerade, das ist natürlich ein großer Vorteil von Training, von E-Learning überhaupt, anders als in der Praxis, Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen. Hier darf ich mich auch mal falsch entscheiden, erfahre aber hinterher natürlich dann auch wieder, wie wäre es richtig gewesen und lerne daraus. Ja, ich würde jetzt gerne zu meiner rechten Seite nochmal das Mikrofon weitergehen und nochmal eine Frage untersuchen, die wir gerade auch bei einer anderen Preisverleihung ja auch schon hatten, dass halt bei BMW sehr frühzeitig der Betriebsrat mit dazu genommen wurde und dass man halt gemeinsam auch Aspekte des Datenschutzes halt sich vergegenwärtigt. Sind solche Themen für euch auch relevant gewesen zur Durchführung dieses Projektes? Also für die Durchführung, funktioniert das? Ja, man muss ein bisschen mehr ran. Für die Durchführung des Projektes nicht, aber wir rollen das jetzt ja aus, wir haben das auf unserer E-Learning-Plattform des Bundes eingestellt und jedes Ressort, jede Behörde oder jeder Mitarbeiter kann ja auf dieses E-Learning-Portal, also 400.000 Mitarbeiter insgesamt rund, jede Behörde kann es für sich verpflichtend machen, die Schulung, und muss dann natürlich wie in anderen Firmen auch den Personalrat oder den Betriebsrat einschalten, anders funktioniert das nicht. Bei uns im BMI haben wir es verpflichtend gemacht, das ist auch abgestimmt und das muss gestuft nach, sagen wir mal, Gefährdungsgrad der Aufgabe. Müssen verschiedene Module, insgesamt besteht ja dieses E-Learning-Tool aus sechs Modulen, müssen verschiedene Anzahl von Modulen verpflichtend abgearbeitet werden. Ich sage jetzt abgearbeitet, ich persönlich finde, es macht relativ viel Freude mit diesen Toolen oder durch diese Module durchzugehen. und ich weiß, dass einige andere Ressourcen es auch verpflichtend machen wollen. Die müssen natürlich noch den Abstimmungsprozess mit ihrem Betriebsrat oder Personalrat durchführen und grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, wenn man so ein E-Learning-Modul verpflichtend macht, weil man dann sicher geht, dass jede Gruppe seinem Gefährdungsgrad entsprechend sensibilisiert oder auch geschult wird und ein Bewusstsein, das ist ja das Wichtige und das ist ja auch das didaktische Konzept, dass man bei solchen Sachen anwenden muss, dass ein Bewusstsein entsteht dafür, was man tut und was man eben halt lieber lässt. Bei E-Learning-Projekten, insbesondere jetzt auch bei dieser Projektlage, ist natürlich immer so die Frage, nach der Produktion ist vor der Produktion, das heißt, es sind ja Lernprozesse, die notwendig sind, Lernbedarfe, die wiederkehren. Gibt es bei Ihnen schon Pläne, wir haben ja gehört, es ist jetzt im Rollout, also es ist jetzt in der Anwendung, dem Lerner steht das zur Verfügung, gibt es auch bereits Ideen oder auch schon Konzepte, wie man das dann auch auswerten kann, um genau zu sehen, was beim Lerner wie ankommt, Feedback schleifen in irgendeiner Form. Gut, die Abrufraten lassen sich ja relativ einfach feststellen. Wie geht Ihr konzeptionell mit dieser Frage um? Die Auswertung, die würde jede Behörde oder macht jede Behörde für sich, um zu sehen, habe ich einen hinreichenden Schulungsgrad. Wir stellen dieses Konzept, dieses Modul oder diese Module zur Verfügung und in der Umsetzung, das ist halt das Ressortprinzip in der Bundesverwaltung, wie in einem Konzern, jede Gesellschaft macht es für sich, aber es wird dann eben ein System, ein Konzept vorgegeben, das jeder nutzen kann und auch auswerten kann. Die technischen Möglichkeiten bestehen über unsere E-Learning-Plattform, dass jede Behörde, die hier Regelungen trifft, auch abrufen kann, wie und wer etwas mit welcher Intensität oder mit welchem Lernerfolg absolviert hat. Das wiederum ist natürlich personalratspflichtig, wenn man hier so eine Leistungskontrolle macht, aber die Möglichkeiten bestehen und das fragen wir dann bei denen ab, die auch diese Möglichkeit nutzen, es verpflichtend zu machen, um dann zu sehen, wo man nacharbeiten muss. Ja, vielen Dank. Ein Applaus bitte für unsere Preisträger. Vielen Dank, dass wir das Projekt vorstellen durften. Vielen Dank. Ich bedanke mich nochmal hier. Bitte sehr.